Was ist das Motto, dass wir den Weltmissionssonntag in diesem Jahr stellen? Dass wir den interreligiösen Dialog wichtige Akzente setzt, die aber auch unter Druck steht und von daher unsere Solidarität braucht. Und das soll eigentlich diese Aktion bewirken, dass wir an der Seite der Christen in Pakistan stehen, sie durch auch unsere Gaben wirklich dazu instand setzen, ihr Zeugnis gut zu geben. Dass wir aber auch von ihrem Glauben lernen und profitieren und spüren, dass Christen in einer schwierigen Situation auch frohe und überzeugende Christen sein können. Und das ist auch eine Ermutigung für uns hier in Deutschland.